Was geht ab, Spence? Nicht viel. Du kommst ja bald raus. Wir haben ein kleines Abschiedsgeschenk für dich. Für mich? Mach sie fertig, Spencer. Erwischt. Geschafft! Versuch mal auf dieser Seite zu bleiben. Ich bring dich zu deiner Freundin. Vor fünf Jahren bist du ins Gefängnis gewandert. Was hätte ich denn tun sollen, Warten? Es tut mir leid. Ich liebe dich! Wie findest du das? Weg hier! Yo! Henry! Was? Ich dachte, ich hab ein eigenes Zimmer. Ork, das ist Spencer. Spencer, das ist Ork. Ihr seid jetzt Zimmergenossen. Ich möchte, dass ihr euch kennenlernt. Mi Amigo! Ich geh besser, Primo. Du bist wieder raus. Und was? Ah! Du bist mit dem Wagen in ein Restaurant gekracht. Es wird Zeit, dass du mir erzählst, was hier vorgeht. Stell dir vor, korrupte Cops, Drogenkartelle und ein paar hohe Politiker arbeiten alle zusammen. Als ich noch ein Kopf war, wollte ich sie unschädlich machen. Dafür musste ich büßen. Wie lautet der Plan? Wir lassen das Ganze auffliegen. Bist du dabei? Nein, 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 du kriegst nicht die coole Knarre. Hawk ist der Name von einem Bad Boy mit einer Shotgun. Spencer macht eine Steuer. Der war gut, du kriegst eine Knarre. Du lernst einfach nicht raus, oder? Du machst das, was richtig ist. Mit deiner starken Moralvorstellung. Es ist keine Bar für Leute wie dich. Ich dachte, du weißt, wie man puncht. Die Band zu fünft. Du bist dabei, barfuß durch die Hölle zu gehen. So geht ein verfluchter Band. Ach du Scheiße. Zwei Erwachsene, die so tun, als wären sie Batman und Robin. Und Alfred da drüben. Nenn mich nicht Alfred. Ey! Zwei Erwachsene, die so tun, als wären sie mit der Hölle zu gehen.